So, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Lucius 2. Da ist es. Wir waren beim letzten Mal stehen geblieben. Wo waren wir denn stehen geblieben? Hm, ich weiß es nicht. Aber wir gucken mal gleich mal rein und lassen uns überraschen. Wir hatten auf jeden Fall gespeichert. Und ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen was gelernt. Oh, die. Ja, okay. Ah, wir waren auf der Kinderstation. Genau. Genau. Jetzt sind wir noch unauffälliger. Wir sind auch ein Kind. Hi, yo. So, die nehmen wir gleich mal mit. Die können wir gut gebrauchen. Hier ist die Telefonliste. Hier steht drauf. Empfang, Dr. Jackson, Dr. Evans, Konferenzraum, persönliche Wertsachen. Okay. Aber ich habe das Gefühl... Moment, Moment, Moment. Oh, das ist alles ein bisschen laut gerade. Warum auch immer das hier zu laut ist. Aber ist egal. Ich mache einfach nur die Musik ein bisschen leiser. So, und wir gucken uns hier mal um. Da dürfen wir wieder nicht hin. Wie üblich. Warte mal. Hier ist das Telefon. Hier können wir theoretisch auch telefonieren. Wir gucken uns aber erst mal ein bisschen um. So, hier liegt wieder ein Portemonnaie rum. Wir gucken noch mal ins Inventar. Was haben wir alles? Wir haben die zwei Bolzen. Wir haben Portemonnaie, äh, Portemonnaies. Wir haben Donuts. Wir haben zwei Kalister Wasser. Wir haben Feuerzeug. Zwei Zangen. Einmal Gift. Sodaken. Flammable. Und Säure haben wir auch noch einmal. Gut. Okay, cool. Jetzt sind hier auch die Telefone. Was haben wir denn hier? Employers Only. Hier brauchen wir einen Schlüssel für. Oh. Da haben wir auch kein Schlüssel für. Da sitzt einer. Out of my way, kid. Hey, mister. Oh, hey, mister. So, da haben wir keinen Schlüssel für. Wir gehen mal weiter. Erst mal ein bisschen gucken. Oh, hier gibt es Kaffee. Lürfen wir hier rein? Jo. Lürfen wir. So, das brauchen wir jetzt nicht. So, das gibt es hier. Hier gibt es wieder Waschbecken und alles. Vergiftete Kaffeekanne. Okay, lassen wir einfach so. Hier dürfen wir nicht rein. Okay. Okay. Hoppala. Äh. Sieht das nur so aus oder hatte ich keine Beine mehr? Okay. Mach nicht so einen Lärm hier. Meine Güte. So, jetzt isst sie mich hier die Tür auf. Da ist gerade jemand gestorben. Na. 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 Ich probiere mal ein bisschen die Kamera nochmal neu einzustellen. So. So, also mein Papa haben wir auch umgebracht. Was gibt es denn noch? Die Olle ist weg. Ich glaube, wir machen ganz gute Arbeit bis jetzt, oder? Weiß ich mal. So. Lass mal hier stehen. So. Haben wir noch ein paar Schlüssel. Was gibt es hier? Ah, okay. Oh Okay So, nehmen wir das mal Und dann haben wir hier unten noch die Die nehmen wir auch wieder mit Die brauchen wir noch So, jetzt sind wir hier bei den Babys Freddy Freddy Krüger Wer ist das? Jason Freddy vs. Jason So Wer ist das? Kannibale, schön Mauer Ja Informationsschalter Na Achso Den nehmen wir auch mal wieder mit Das ist ja unser, ne? Hier ist die Entbindungsstation Gehen wir hier mal weiter Ach, hier waren wir schon Mensch, mach die Tür auf So, hier waren wir ja auch schon Achso, wartet mal Ähm Wir haben jede Menge Punkte So, was ist das? Ja, es gibt eigentlich ganz coole Sachen Also das hier würde ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen verteilen Dann haben wir hier noch Mhm So, wir haben noch ein paar Punkte Und dann nehmen wir hier nochmal einen rein So, machen wir Gehen wir mal in einen Bereich Aber ich will erstmal in die Telekinese Das wird bestimmt witzig Deswegen Weil mit Telekinese können wir viel anfangen So Jetzt könnte ich zum Beispiel Die Olle da wegholen So, aber wir gucken hier erstmal weiter Weil hier hinten sind doch bestimmt noch Leute unterwegs Achso, ups Ich bin in einem gesperrten Bereich Da muss ich natürlich aufpassen Dass der Olle sich da nicht umdreht Ist ja auch gesperrt Ne, hier ist erlaubt Hier darf ich rein Okay Hier darf ich was nehmen Wieder Unterlagen Gucken wir uns mal kurz an Was steht hier drin Telefon mit Lautsprecher Was Achso, das ist die Telefondiste Ach, naja Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt Aber Was gibt's hier Hier gibt's einen Rollstuhl Rollstuhl brauchen wir jetzt nicht Na, dafür dass ich mich erst umgucken wollte Liegen hier ganz schön viele Tote schon rum Ich weiß Na, okay Es sind ja eigentlich erst zwei, ne Na, drei Drei haben wir umgebracht So Was gibt's hier? Hier war, war ich hier gerade? Hier war ich gerade, glaube ich Genau Da bin ich gekommen Was geht hier? Nochmal zu Was gibt's hier? Wieder eine Zange Okay Das ist schon mal ganz cool Die Zange so nächster ausgeschaltet und wir haben wieder einen schlüssel so nehmen wir den auch mal mit da ist ein bobblehead der bringt uns wieder ein bisschen punkte eine haben wir verbraucht gerade nehmen wir noch eine sehr gut dass er die tür zu oben macht hinter sich wie können wir das denn jetzt verändern so ok gehen wir erstmal ja aber so das heißt er ist hier auch weg ja aber dass der verschwunden ist genau den haben wir nämlich jetzt ja auch sind wir auch los geworden die nehmen wir noch mal mit aber sonst ist ja nicht viel ah warte hier ist noch der bobblehead den nehmen wir noch mit hier gibt es noch toiletten waschbecken und sowas alles ok da auch ja hier das ding kannst du theoretisch mit schießen aber die eule bewegt sich leider nicht wirklich was war hier ja hier bringt es nicht wirklich viel wenn ich hier was veränder weil die eulen sind schon tot hier na warte so ah hier ist noch einer drin ich weiß ja nicht was der hat aber den entsorgen wir jetzt mal auf die schnelle so ein bisschen mit säure einschmieren entzündliche dose ja das ist aber was ist das hier pillen ja so können wir die theoretisch auch aus dem weg schaffen jetzt könnte ich hier telefonieren und alles ok aber das ist relativ unspektakulär hier sind noch mal pillen die nehmen wir mit pillen lieben wir ja ne so 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 warte so und jetzt nehmen wir mal i so 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 wie geht es nicht weiter Das heißt, wir gehen noch mal kurz hier lang Ich brauche nämlich Wasser Wasser, Wasser, Wasser Gibt es hier Wasser? Waschbecken? Wasser? Wasser? Wo gibt es hier Wasser? Du hast mich gesehen? Der hat Tabletten dabei Aber auch ganz einfach Gute Nacht So, dann machen wir das halt so Leute, Leute, Leute Mir egal Wir wollen den Olden ja weg haben Ist schon wieder 20 Minuten rum Ey, 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 ey Okay Wir machen das jetzt noch mal ganz unspektakulär Eben mal die eine da weg Äh, und zwar Auf die gleiche Art und Weise Was ist das denn? Was ist das denn? Wer hat mich jetzt gesehen? Okay Gut, genau Fresszecke Völlerei ist eine Todsünde Und ein Level Up So Wir verabschieden uns schon Bis zum nächsten Mal Macht's gut Schau Schau Vielen Dank.